Ich habe mir schon geschafft, den Vorhang ohne uns runterzureißen, sagen viel schon mal Respekt, meine Damen und Herren. Wir wollen euch auf jeden Fall heute Abend, an diesem wunderschönen Sonntagabend, wollen wir euch ein bisschen zum Feiern bringen. Bevor wir anfangen, möchte ich erstmal die Leute vorstellen, die mit uns heute auf dieser Bühne stehen.